Gut, wir fahren sie voll los. Wenn der Walter hier vorne ist, damit ich weiß, ob links oder rechts. Erstmal wunderschönen guten Morgen alle zusammen. Heute ist der Bus ja wieder voll. Nur der Bus, heute machen wir auch eine schöne Rundfahrt. Und da alle gestern ihre Pizza aufgegessen haben, ist auch das Wetter schön geworden. Da kann gar nichts mehr schief gehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist toll. 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 Das ist toll.